so heute laufrunde in der steiermark in österreich in gröbming ohne genau zu wissen wie lang die runde heute wird geplant sind zehn bis zwölf kilometer grundlagenausdauerbereich von gröbming nach mitternberg start hier an der klinik in gröbming na jetzt geht's los ja 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 du ja ja We'll be right back. Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020